Herzlich Willkommen zu dieser Mega-Putz-Routine. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Los geht's! Ich freue mich auf die Klöße mit Rot-Rot und Soße. Können Sie auch noch einen Flasher? Zwei. 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 Ich hab' den Rest von dieser ... 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 mit dem Dressling mal, dass die schön machen. So, ich habe das, was ich mit dem Dressling mal, Das war's für heute. Okay. 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 Den Einkauf holen bei Rewe. Da sind wir gespannt, wie das schmecken wird. Wir sind zur Zeit im Angebot, mein Schatzmeer. Die sind so lecker, Leute. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.